Du hast ein Foto, was sehr, sehr doll rauscht und du willst es irgendwie retten, aber der Qualitätsverlust ist zu hoch. Ich zeige dir eine Möglichkeit in Photoshop, wie du das Rauschen reduzieren kannst, ohne dass du so viel Qualitätsverlust hast. Dass deine Bilder danach auch noch einigermaßen scharf sind. Viel Spaß! Ich habe mir in Photoshop ein Foto geöffnet von New York und das habe ich aus dem Hubschrauber fotografiert. Das heißt, dort war es tatsächlich auch so, ich musste den ISO-Wert sehr, sehr hoch stellen. Ich musste offenblendig fotografieren, damit ich eine einigermaßen schnelle Verschlusszeit habe. Denn so ein Hubschrauber bewegt sich ja relativ schnell. Es wackelt vor allem relativ doll. Und da kann man halt nicht mit längeren Belichtungszeiten arbeiten. Man sieht jetzt auch, wenn man hier mal ein bisschen weiter rein scrollt oder rein zoomt auf 100%, dass tatsächlich das Foto sehr doll rauscht. Es ist natürlich dadurch auch von der Qualität, es ist von der Schärfe her nicht mehr so gut. Es ist halt so semi gut. Und ich probiere jetzt einfach mal, was man in Photoshop hier an diesem Bild noch quasi retten kann. Denn ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Foto ist. Es ist technisch nicht 100% sauber, aber es ist ein für mich schönes Motiv, was ich mir sehr, sehr gerne angucke. Und deswegen glaube ich tatsächlich, mit ein paar kleinen Kniffen kann ich hier noch eine ganze Menge rausholen. Das Erste, was ich machen möchte, ist, ich kopiere mir hier einmal die Hintergrund-Ebene. Und die ziehe ich einfach per Drag & Drop hier einmal auf das neue Plus-Symbol und habe jetzt hier eine Hintergrund-Kopie-Ebene. Auf dieser Ebene möchte ich jetzt das Rauschen reduzieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum einen hier die Filter, da kann ich in die Rauschfilter reingehen, Rauschen reduzieren. Wobei ich sagen muss, dass ich diese Filter etwas überholt finde und irgendwie nicht ganz so gut und sauber arbeiten, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Photoshop bietet dafür bessere Möglichkeiten und zwar mit dem Camera Raw Filter. Das ist quasi ähnlich wie in Lightroom auch. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen, kann in die Detailpalette hier reingehen. Wichtig ist hier immer, dass wahrscheinlich, sieht es bei dir so aus, dass hier diese Pfeile noch nicht aufgeklappt sind in der Rauschreduzierung. Wenn du die einmal aufklappst, dann bekommt man hier noch ein paar mehr Details, sowohl in der Rauschreduzierung als auch in der Rauschreduzierung für die Farbe. Und hier werde ich jetzt diese Rauschreduzierung mal sehr, sehr stark nach oben drehen. Ich scrolle dazu noch mal ein bisschen weiter hier in das Bild rein auf 100%, damit man es ein bisschen besser sieht. Und wenn ich jetzt hier die Rauschreduzierung mal wirklich so auf plus 100 einfach mal stelle, dann sieht man schon, ja, das Rauschen geht ein bisschen weg, aber wir verlieren auch super viele Details. Also das verschwimmt hier alles so ein bisschen, das sieht noch unschärfer aus am Ende. Und wenn ich jetzt hier diesen Detailregler mal noch ein bisschen weiter runter drehe, so auf ungefähr plus 35 nur noch statt plus 50, dann ist der Himmel wirklich komplett rauschfrei. Aber es ist alles komplett verschwommen. Das ist aber kein Problem. Darum werden wir uns gleich kümmern. Ich werde als erstes mal noch die Farbrauschreduzierung hier noch ein bisschen einstellen. Die packe ich auch mal so auf plus 70. Und dann haben wir an sich erst mal ein gutes Ergebnis. Wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann sieht man, dass alles sehr weich gezeichnet ist. Und das ist auch okay. Okay, denn der eigentliche Trick, warum das Ganze ohne Qualitätsverlust funktioniert, der kommt gleich. Jetzt aktuell haben wir Rauschreduzierung mit Qualitätsverlust. Wenn ich jetzt hier einmal auf OK klicke, dann ist das Ganze angewendet. Aber das Problem ist natürlich jetzt, ja, sobald ich näher reinzoome, dann sieht man, ist alles komplett unscharf. Was kann ich jetzt tun, um die Rauschreduzierung ohne Qualitätsverlust reinzubringen? Wenn du dir mal überlegst, wo das Rauschen eigentlich herkommt, das sind eigentlich immer die dunklen Bildbereiche. Das kann man jetzt hier auch nochmal sehr gut sehen, wenn ich diese Ebene ausblende. Wir haben vor allem Rauschen in den Schatten der Bilder. Ja, also hier unten im Wasser zum Beispiel, hier auf dieser Wiese, in den Hochhäusern hier drin. Hier in diesen hellen Bildbereichen ist das Rauschen gar nicht so sehr vorhanden. Und deswegen muss ich diese Rauschreduzierung ja auch eigentlich nur in den dunklen Bildbereichen meines Bildes anwenden. Und wie mache ich das Ganze jetzt? Mit einer sogenannten Luminanzmaske. An dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Tipp. Es gibt einen kompletten Photoshop-Videokurs von mir zum Thema Luminanzmasken. Da geht es in mehreren Stunden darum, was ich mit Luminanzmasken alles anstellen kann. Also falls du Bock darauf hast, dich mal mit Luminanzmasken, was eine sehr fortgeschrittene Methode in der Bildbearbeitung ist, zu beschäftigen, dann schau auf jeden Fall mal auf meinem Online-Store vorbei. Ich zeige dir jetzt aber mal im Schnelldurchlauf, wie so eine Luminanzmaske funktioniert. Dafür habe ich jetzt die obere Ebene hier wieder eingeblendet. Und ich gehe als nächstes hier oben in die Kanäle mal rein. Und hier habe ich jetzt den RGB-Kanal, Rot, Grün und Blau. Ich brauche im Prinzip nur den RGB-Kanal. Wenn ich jetzt hier einmal die Command-Taste drücke, beziehungsweise die Steuerungstaste auf Windows müsste das sein, dann siehst du, wie hier dieser Mauszeiger auf einmal so ein gestricheltes Viereck noch bekommt. Und hier klicke ich einmal drauf. Was jetzt nämlich passiert, ich habe in diesem Schritt alle hellen Bildbereiche angewählt, ausgewählt. Alles, was jetzt hier quasi eingekreist ist, sind Bildbereiche, die heller als 50% sind. So, jetzt kann man sagen, okay, ich habe jetzt die hellen Bildbereiche ausgewählt. Ich brauche aber eigentlich ja für meine Maskierung die dunklen Bildbereiche. Und alles, was ich jetzt nur noch machen muss, ist einmal die Auswahl umzukehren. Das kann ich hier oben über Auswahl machen und sage dann Auswahl umkehren. Und jetzt habe ich alle dunklen Bildbereiche ausgewählt. Also im Prinzip ist das hier dieser einfache Schritt. Das ist der erste Schritt zur Erstellung einer Luminanzmaske. Das heißt, eine Maske auf Grundlage von Helligkeitswerten in deinem Foto. So, und ich kann, wie gesagt, mit dieser Kombination, Command-Taste und einem Mausklick hier drauf auf das Vorschaubild von dem RGB-Kanal, beziehungsweise die Steuerungstaste bei Windows ist das, dann kann ich mir hier die hellen Bildbereiche auswählen. Und wenn ich das Ganze umkehre, dann habe ich die dunklen Bildbereiche ausgewählt. So, und wenn ich jetzt diese Auswahl getroffen habe hier, dann gehe ich zurück auf Ebenen und werde jetzt hier einfach eine neue Ebenenmaske für die Hintergrundkopieebene anlegen. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun mit Klick hier drauf. und dann sieht man auch, wie ich jetzt hier eine Ebenenmaske erstellt habe, die ganz, ganz komplex ist. Mit gedrückter Optionstaste kann ich jetzt hier mal raufklicken und dann sieht man auch, wie diese Maske eigentlich aussieht. Alles, was weiß ist bei einer Ebenenmaske, ist ausgewählt. Alles, was schwarz ist, ist nicht ausgewählt. Und du siehst jetzt, dass es genau umgekehrt ist. Also die dunklen Bildbereiche sind jetzt hier weiß in dieser Ebenenmaske und die hellen Bildbereiche sind schwarz. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Ich habe jetzt also diese Ebenenmaske so erstellt, dass die dunklen Bildbereiche, dass da hier diese Rauschreduzierung durchschimmert und in den hellen Bildbereichen eben nicht. Und wenn ich jetzt hier nochmal rein zoome, dann haben wir schon ein viel, viel besseres Ergebnis als vorher. Also das ist jetzt hier das Bild ohne Rauschreduzierung. Das ist es mit. Und ich muss ganz klar sagen, es sieht jetzt wesentlich besser aus. Natürlich ist es immer noch nicht 100% scharf, dieses Foto. Aber die Rauschreduzierung wirkt so wesentlich besser, als wenn man das einfach nur auf das gesamte Bild packt. Also Rauschreduzierung in Verbindung damit, dass wir das nur auf die dunklen Bildbereiche eines Fotos anwenden. Dann hat man tatsächlich kein oder sehr, sehr wenig Qualitätsverlust. Ich zoome jetzt hier nochmal ein bisschen weiter rein. So, jetzt haben wir hier 100%. Jetzt hier nochmal der Vorher-Nachher-Vergleich. So sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt aus. Und es ist dadurch nicht unschärfer geworden, das Bild. Also man sieht es richtig schön, wenn du jetzt hier mal auf die Details von den Gebäuden guckst. Am besten wirklich in höchster Qualitätsstufe mal das Video auch anklicken. Dann sieht man jetzt hier auch, dass wir wirklich Rauschen reduziert haben, ohne dass das Bild unschärfer geworden ist. Und das Schönste ist doch jetzt eigentlich, dass wir in Photoshop tatsächlich auch noch das Ganze völlig lokal anwenden können. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja an bestimmten Stellen gefällt mir das nicht so gut, da ist es ein bisschen viel oder ein bisschen wenig, dann kann ich über einen kleinen Umweg das Ganze nochmal maskieren. Wir haben hier schon eine Ebenenmaske drin, aber ich kann ja ganz einfach sagen, ich packe das hier einmal in so eine Gruppe rein, schiebe das hier einfach rein, zack, und jetzt kann ich der Gruppe nochmal eine Maske geben. Einfach hier die Gruppe jetzt anwählen und nochmal auf das Maskensymbol klicken. Jetzt habe ich hier erstmal eine weiße Maske, das heißt, es wird überall angezeigt. Wenn ich mir jetzt hier eine schwarze Vordergrundfarbe nehme, ein Pinsel dazu, Modus Normal, Deckkraft 100, Fluss 100, dann könnte ich jetzt hier reingehen, ich mache mal die Pinselspitze hier noch ein bisschen größer, zack, dass man das ein bisschen besser sieht, das stelle ich mal runter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja hier in den Hochhäusern gefällt es mir nicht ganz so gut, dann male ich den Effekt hier einfach raus, ja und dann ist das Ganze hier wieder drin. Also da ist dann halt einfach das reduzierte Rauschen nicht mehr vorhanden in den Bereichen, wenn ich das in einem bestimmten Bereich eines Bildes halt nicht so sehr mag. Und schon können wir hier wirklich sehr, sehr selektiv arbeiten und trotzdem das Rauschen ohne Qualitätsverlust reduzieren. Das war es mit diesem Video, ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wie gesagt, wenn du Interesse daran hast, dass du Luminanzmasken noch mehr verstehen und lernen möchtest, gibt es einen kompletten Videokurs, Photoshop 2 Luminanzmasken heißt der. Da kannst du einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, stefanschäfer.de und dort kannst du dann diesen Videokurs kaufen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du mal bei meinem Podcast vorbeischaust. Du kannst bei Instagram oder Veoro vorbeischauen. Also alles mal so ein bisschen abchecken und da auch gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns nächste Woche hier auf dem YouTube-Kanal wiedersehen. Und falls du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall auch diesen Kanal abonnieren. Denn ich sehe mal so in den Statistiken, über 60% aller Leute, die meine Videos gucken, haben mich gar nicht abonniert. Warum eigentlich nicht? Also, falls du nichts verpassen willst, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.